Eine weitere Hollywood-Ehe geht in die Brüche. Kevin Kostner und seine Frau Christine geben ihre Scheidung bekannt. Seit 2000 waren Kevin Kostner und Christine Baumgartner ein Paar. 2004 gaben sie sich das Ja-Wort und gründeten eine Familie. Nun das Ehe aus. TMZ berichtet, Christine habe die Scheidung wegen unüberbrückbaren Differenzen eingereicht. Auch der Hollywood-Star richtete durch seinen Sprecher folgendes Statement an die Presse. Wir bitten darum, dass seine, Christine und die Privatsphäre ihrer Kinder respektiert wird, während sie diese schwierige Zeit durchstehen. Das Ex-Paar beantragte jeweils das gemeinsame Sorgerecht für ihre drei Kinder. Für Kevin Kostner ist das Thema Scheidung nicht neu. Auch zwischen ihm und seiner Ex-Frau Cindy Kostner, mit der er ebenfalls drei Kinder hat, hat es nach 16 Jahren Ehe nicht mehr funktioniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017